Okay, wie fängt man jetzt hier an? Ich habe keine Ahnung, ich lade dich einfach mal ein. Wir haben zumindest eine Gruppe jetzt. Wir haben No-Aka, No-A-Kai und Ei-Dinne. Spiel ist im Gang schon. Okay, ich mach mit. Okay, was ist das hier? Firewall? Irgendwas? Ich kann ja nicht draufklicken. Hey, drückt doch, Kind. Okay, ich weiß nicht, was hier passiert. Ich bin oben, ich komme nicht zu euch runter. Oh, zur Hölle. Alles klar. Das ist super schnell. Oha. Moment, Einstellung. Ja, ja, ja. Oh, hier geht es richtig ab. Der hat Säure. Gift, irgendwas. Was ist denn? Ich schieße drauf, aber da passiert nichts. Ich kann nichts machen. Oh mein Gott. Er ist tot. Was kann man hier machen? Sturmgewehr, Schrotflinte, Sturmgewehr. Manition. Ah, okay. Hey, was ist hier los? Ich bin mir nicht sicher, was hier passiert gerade. Kann man auch andere... Automatische... Ja, gemein, her den Schrott, ne? Automatische Schrotflinte. Kampfstarten. Was hast du? Automatische... Oh, der hinten, okay. Der macht da irgendeinen Scheiß da oben. Guck mal, was da runterkommt, Alter. Da hinten, hier. Was ist hier los? Wo ist das Ding? Ich muss zurück. Da war ein Granatenwaffer. Die kommen von hinten. Hier ist ein Gepanzerter. Puh. Oh Mann, das Spiel ist so durch. Attacke. Okay, hier oben dann. Ich weiß nicht genau, wie ich die Ladung da aktivieren kann. Juhu. So muss es sein. Ah, komm, wie sie noch tappeln, ey. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Hinter dir. Nee, das bist du gar nicht. Ah, fuck. Genau. Okay. Soviel dazu. Ich glaube, wir müssen wegkommen hier. Ich glaube, ich bin in einem anderen Abteil. Du bist gefangen. Ah, ich überlebe. Oh mein Gott. Puh, Glück gehabt. Komm. Ja, du hast gesagt, Maschinenpistole, oder? Das ist... Ich weiß nicht, es sind mehrere. Ja, geil. Was ist hier los? Hä, ich kann die nicht. Uhu. Jetzt. Gibt es hier irgendwas? Äh, ja. Sturmgewehr sage ich nicht. Nein. Sprengladung nehme ich natürlich gerne. Äh, schwere Panzerfaust. Warum nicht? Was ist hier los? Da oben kommen auch welche. Ah, ux. Wo? Ah, zu sch... Ah, was ist da los? Es steht sein. Nee, 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 nee. Das ist kein World Warsie, scheiße. Obwohl, es ist World Warsie, scheiße. Oh mein Gott. Der Zug ist da. Ich höre einen Zug zumindest. Scheiße. Tschüss, tschüss. Hätte er nicht vorher kommen können und die Leute wegrasieren können. Wir mussten ja warten, bis er... Also, wir mussten ja verteidigen, bis er kommt. Jetzt haben wir nochmal Munition mit, bevor wir gehen. Kompakt ist es dann... Nee, ist nicht, scheiße. Ich dachte, vielleicht ist Akimbo, aber... Leider nicht. Wo ist der hin geflogen? Oh, sch... Äh... Okay, äh... Ich geh mal hier hinten und guck mal, was es hier gibt. Was zur Hölle ist hier los? Ach du Scheiße. Das heißt, oben an der Oberfläche muss es richtig abgehen. Ah... Oh mein Gott. Kopfschüsse. Sie entlassen die kein Gas. Was zur Hölle ist hier los? Wir müssen... Wir müssen... Wir können gar nicht warten. Wir müssen einfach fliehen jetzt. Schnell, alle hier rein. Einer die Tür schließen. Schnell, schließt einer die Tür. Schnell. Leck mich, ey. Summon hier. Doppelläufige Schrotflinte. Sehr nice. Sehr nice. Schön. Sehr schön, sehr schön. Und meine Ladung fülle ich wieder auf. Äh... Doppelläufige Schrotflinte? Oder MGL. Meine Kettensäge hat er eigentlich noch ganz gut. Was ist denn das? Das ist sekundär. Ja, easy. Du hast keine... Du hast keine Sprengladung. Du hast... Willst du mich verarschen? Was heißt denn hier, du hast keine Sprengladung? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ich komme von der Seite, gell? Die dringen in den Zug ein. Oho. Jetzt geht's los. Ja, was heißt, die dringen in den Zug ein? Was sollen wir da machen? Die Straßen von New York. It's doing it. Was geht hier? Guck mal, wir haben erst mal reingeschossen. Was ist das? Ach, hier ist Gas. Ich verstehe. Ich glaube, die wollen hier rein. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir müssen da durch. Oh shit, was war das? Das war eine C4. Oh, ja. Ach, du Scheiße. Sie sind durchgebrochen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Original World War Z hier. Ach, du Scheiße. Wir müssen fliehen. Fliehen. Oh mein Gott. Lauf. Was haben wir hier? Puh, das war knapp. Sturmschrotflinte. Das ist doch eher so meins. Die AK, oder was? Ne, die Sturmschrotflinte. Ach so. Ich aktiviere sie. Der Screamer steht nur bei mir da und macht nix. Oh, da hinten sind noch welche. Oh, ja, ja, ja. Ich sehe das Tor von hier aus. Als wir mit dem Revolver reinschießen, kann man noch ein paar töten. Ach, schade. Egal, wir sind fertig hier. Ich habe leider keine Sprengladung gefunden. Der Kerl denkt sich auch. Verdammte Casuals. Geh einfach raus. Was ist das hier? Disneyland, oder was? Und... Wuhu. Oh, ist noch Kisten? Ja, Herr Green. Green, Geld. Sag mal, du. Was ist denn hier los? Oh. Die zwei. Oh, das... Was zur Hölle ist hier los? Schnell den Hubschrauber rein. Guck dir den mal an. Da fliegt er weg. Oh Gott. Von hier hinten. Von hier unten. Ach, du Scheiße. Das Heilen ist ein bisschen wie bei Resident Evil 7. Ja, da liegen Claymores. Oh, okay. Das erklärt einiges. Du Scheiße. Siehst du das? Warte fahren. Kannst du da reinschießen? Nein, nein, nein. Ich glaube, das ist... Ja, aber guck dir mal. In eineinhalb Minuten kommt der Schwarm. Du musst die ja abgeben, die Autoteile. Also, ich will ja nichts sagen, aber so zwei, drei kommen da schon. Autsch. Autsch. Jetzt vielleicht doch mal ohne Spielabbrüche. Das wäre sehr, sehr gut. Oh. Äh, ja. Sie kommen. Äh, ich will ja nichts sagen. Wow. Was war das? Okay. Hoho. Ciao. Da fliegen sie. Da drüben ist ein großer. Sieht auf jeden Fall gut aus von hier oben. Der hat die Armbrust. Da, direkt unter euch. Unter dem anderen. Ich glaube, man hat Probleme mit seinen Nachlade-Dings. Jetzt. Ho. Oh, ich werde gerettet. Oh. Danke sehr. Die Russen kommen. Wir haben die ganze Zeit nur da drin geholt. Nix gemacht, die Alte. Äh, ich will hier rein. There is only Metro. Kommt, Leute, übersprichend. Jetzt geht's los. Da kommen sie schon. Die Schweine. Was ist doch das denn? Ja, sie kommt definitiv von hier. Ich warte, bis ich den Messer abfeilen kann. Jetzt. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben Moskau gerettet, Simon. Ja. Ich bin St. Nikolaus. Was ist das? Hier müssen wir eine Atomrakete abschicken, oder was? Alle tot. Guckst du dir an, wie sie da drin liegen. Was geht denn hier ab? Knapp. Knapp. Die hätten fast einen kompletten Turm gebaut. Ich meine, irgendwie haben sie das ja. Wir haben gewonnen. Sieg. Sieg. Also, wie Asiaten oder wie Japaner sehen die Zombies jetzt hier nicht unbedingt aus. Das sind dieselben wie überall sonst. Multikulturell. Okay. Tötet mich etwas. Ist okay. Was? Black Friday ist doch noch nicht, oder? Habe ich doch was verpasst? Ist das nicht erst im November, oder so? Was ist das denn hier? Granat. Ah. Hö. Jawoll. Allee, klar. Das war schon brutal gerade, weil da war ja keine Mauer mehr und nichts. Das war ja einfach die rohe Horde. 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 Das war ja einfach die rohe Horde.